Herzlich willkommen in der Praxisklinik für Zahnmedizin und Implantologie. Mein Name ist Sönke Harder und im folgenden Beitrag möchte ich Ihnen erläutern, was wir unter Implantatprothetik verstehen. Bei der Implantatprothetik handelt es sich um Zahnersatz, der durch ein Implantat getragen wird und nicht durch einen zum Beispiel beschliffenen Zahn. Sie sehen hier beispielhaft dargestellt, wie eigentlich Implantatprothetik funktioniert. Wir brauchen als Basis das eigentliche Implantat, das später fest im Knochen verankert ist. Es gibt ein sogenanntes Verbindungselement oder Abattment, das den späteren Zahnersatz trägt und die sogenannte Suprastruktur. Das kann, wie in diesem Fall hier dargestellt, eine implantatgetragene Krone sein. Also handelt es sich bei diesem letzten Teil um die eigentliche Implantatprothetik. Im folgenden möchte ich Ihnen anhand einiger Behandlungsbeispiele zeigen, welche Möglichkeiten es jetzt im Bereich der Implantatprothetik gibt. Anfangen tun wir mit dem Implantat getragenen Teil der Einzelkrone, hier als Beispiel im Seitenzahnbereich und als verschraubte Krone auf einem Implantat. Sie sehen, so kommt die Arbeit aus dem zahntechnischen Labor. Wir haben im vorderen Anteil drei einzelne Kronen, die von zehn, also natürlichen Pfeilern, gestützt werden und im hinteren Bereich, im Bereich des sechsten Zahnes, eine Krone, die von einem Implantat getragen wird. In der Regel werden diese Implantat getragenen Einzelkronen heutzutage am Computer designt und dann durch das CAD-CAM-Verfahren gefräst und später dann im Labor nur noch gefertigt, also sprich verfeinert, bemalt und glasiert. In der intraoralen Situation, also im Mund des Patienten, schaut das Ganze dann so aus. Hier sind bereits die drei zahngetragenen Einzelkronen eingesetzt worden. Im hinteren Bereich fehlt jetzt noch die Implantat getragene Krone, aber das ist jetzt schon im nächsten Bild nicht mehr so. Jetzt sehen wir, dass auch der letzte Zahn ersetzt worden ist. Auf den ersten Blick mag man jetzt gar keinen Unterschied erkennen. Wenn man jetzt ins Röntgenbild schaut, dann sieht man, okay, hier ist etwas anders. Nicht ein Zahn trägt diese Einzelkrone, sondern ein Implantat. Wenn man von oben auf die Situation schaut, sieht man jetzt noch mal einen deutlichen Unterschied, nämlich den Zugang zum Schraubenkanal in dieser letzten Krone. Der Schraubenkanal, gerade im hinteren Seitenzahnbereich, wird dann im nächsten Schritt einfach durch zahnfarbenes Kunststoffmaterial verschlossen. Dies ermöglicht uns als Zahnärzte bei Komplikationen jederzeit die Krone auch wieder entfernen zu können. Im täglichen Gebrauch ist dieser Bereich allerdings nicht zu sehen. Wenn man jetzt keinen Zugang im Bereich der Zahnkrone wünscht, also wenn man möchte, dass die Ästhetik sozusagen komplett zahnähnlich ist, können wir auch im Seitenzahnbereich zementierte Einzelkronen auf Implantate setzen. Sie sehen hier die Situation zunächst einmal. Nur die Implantate, die noch keine Superstruktur tragen. Im nächsten Bild jetzt dargestellt das Verbindungselement oder Abattment. Und im letzten Bild sieht man jetzt die zementierten Kronen. Das heißt, hier fällt der Zugang zum Schraubenkanal weg. Die Implantat getragene Einzelkrone kann natürlich auch im Frontzahnbereich zur Anwendung kommen. Im folgenden Beispiel einmal dargestellt auch wieder als zementierte Krone. Auch hier hat man zunächst einmal den Blick auf den eigentlichen Implantatkörper. Im nächsten Schritt wird jetzt das sogenannte Verbindungselement wieder aufgeschraubt und als letztes wird dann die Krone praktisch wie bei einem beschliffenen Zahn einfach über das Verbindungselement geschoben und schließlich zementiert. Auch hier ist im Endergebnis der Implantat getragene Zahnersatz vom natürlichen Zahn nicht mehr zu unterscheiden. Wenn jetzt mehr fehlt als ein einzelner Zahn, können wir natürlich auch Implantat getragenen Zahnersatz fertigen, beispielsweise im Rahmen von Implantat getragenen Brücken. Hier sehen Sie einmal dargestellt auf dem Modell. Auch so kommt die Arbeit dann aus dem zahntechnischen Labor. Eine vollständige Brücke des Oberkiefers. Das heißt, hier gibt es keinen einzigen Zahn mehr, sondern alle Zähne, die Sie hier sehen, werden letztendlich dann von Implantaten getragen. Wenn man das Modell dann umdreht, sodass man von oben drauf schauen kann, erkennt man auch hier den Zugang der Schraubenkanäle entsprechend in der Rückseite oder auf der Oberfläche der Seitenzähne. Die Situation im Mund des Patienten schaut dann zunächst einmal befremdlich aus, weil hier gibt es halt keinen eigenen natürlichen Zahn mehr. Stattdessen sehen wir nur noch in jeweils vier Punkten im Unterkiefer und hier nur zu sehen an einem Punkt im Oberkiefer jeweils pro Kiefer vier Implantate. Die Verbindungselemente zur Aufnahme des Zahnersatzes sehen hier etwas anders aus. Es sind kleine Zylinder, die man fast nicht sehen kann. Wenn man jetzt aufs Röntgenbild schaut mit der fertig eingesetzten Arbeit erkennt man die Konstruktionsweise. Auch hier stützen nur die Implantate jeweils vier im Ober- und Unterkiefer die gesamte Implantat getragene Brücke. Das Abschlussbild des Patienten bei zurückgezogenen Lippen zeigt uns dann die Situation, so wie sie direkt nach dem Einsetzen aussieht. Wenn man dann aufs Lippenbild des Patienten schaut, sieht man auch, dass hier eigentlich ein schönes Ergebnis gelungen ist. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.